Los geht's! Herzlich willkommen ihr Lieben zu einer brandneuen Markenrebell-Podcast-Folge. Mein Name ist Norman Glaser und ich unterstütze Unternehmen als Kommunikationsberater in Fragen der digitalen Markenführung und im Podcasting. Podcasting ist genau unser Thema heute, denn heute haben wir wieder eine Folge der Podcast Mastery Staffel. und ich möchte heute mit euch darüber sprechen, wie ein eigener Podcast meine Marke, meine Markenbildung überhaupt ermöglichen kann und wie das tatsächlich eine sensationelle Methode ist, um A, meine Marke zu überprüfen, wenn ich denn schon eine habe oder wenn ich ein Startup bin, überhaupt mal grundlegend darüber nachzudenken, wird die denn überhaupt so verstanden im Markt? Und genau darum soll es heute gehen und nun wünsche ich euch viel Spaß dabei! Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Glaser Was mir immer wieder begegnet, wenn es um das Thema Markenführung oder Brandbuilding geht, ist die große Frage nach der Positionierung. Da gibt es ja auch mittlerweile ganz viele, 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 viele Berater, die sich genau darauf spezialisiert haben, die in verschiedenen Workshops das Ganze herausarbeiten wollen, durch die unterschiedlichsten Methodiken. Und was mich am Podcasting so begeistert ist, gerade wenn ich mit dem Podcast Mastery Coaching, was ich ja hier veranstalte und mit meinen Klienten spreche, dass wir, wenn wir über den eigenen Podcast sprechen, genau über die Merkmale einer Marke sprechen müssen. Ein Beispiel, wenn wir zum Beispiel über das Intro sprechen, also so 60 Sekunden kurz, worum geht es eigentlich in dem Podcast mit einer netten Melodie oder einem coolen Sound, ihr kennt das Markenrebell Intro, dann müssen wir automatisch darüber sprechen, Was ist denn eigentlich dein Pitch? Was ist eigentlich deine Positionierung? Was habe ich davon, wenn ich deinen Podcast höre? Wen erreicht dieser Podcast? Also das ist ja wirklich ein Destillat, das ist ja eine Essenz von dem, was wir am Ende Marke nennen. Und wenn das sitzt, dann habe ich natürlich auch eine hohe Aufmerksamkeit und dann habe ich auch wirklich immer wieder einen schönen Reminder, also ein Audio-Branding quasi, zu begreifen, oh, okay, ich bin der Markenrebell Podcasting, muss es irgendwie um Marke gehen. Hier geht es um Unternehmer und Unternehmerinnen, die irgendwie mit dem Erfolgsfaktor Marke umgehen wollen und so weiter und so fort. Also das ist ein einzelner Baustein im Podcasting, nämlich das Intro zu entwickeln, der ganz maßgeblich auch mit der Marke verbunden ist. Und was ich auch sehr interessant finde, ist, wenn dann meine Klienten loslegen und nach dem Coaching sagen, oh, jetzt nehme ich mal die ersten Podcast-Folgen auf, dann wird auch ziemlich schnell klar, gerade in Soloshows, die eine gewisse Herausforderung natürlich sind, weil am Anfang kann man sich vorstellen, die eigene Stimme ist sehr ungewohnt, und du sitzt irgendwie allein so mit deinem Mikro und sollst da irgendwie Content produzieren. Das ist alles noch nicht so locker, das wird alles mit der Zeit, das braucht natürlich. Das war bei mir am Anfang ja auch nicht anders. Und dann bist du auf einmal so mit deinen Gedanken ganz alleine, dann überlegst du dir, okay, Marke, was biete ich denn eigentlich an? Und dann fällt dir ganz viel ein und dann bietest du ganz viel an und auf einmal hast du so einen riesen Bauchladen und du verlierst dich einfach, weil du schon über 100 Folgen aufgenommen hast und mit keiner einzigen zufrieden warst, weil irgendwie die Schärfe deiner Positionierung im Markt, deiner Marke, dir selbst einfach gerade nicht mehr so glasklar ist. Anders verhält sich, wenn ein Markenentwicklungsprozess vorweggegangen ist. Die Leute wissen ganz genau, was sie anbieten wollen. Die wissen ganz genau, was das im Intro stehen muss. Die haben eine Mission, eine Vision, eine Positionierung formuliert. Die haben diese Essenz, dieses Destillat so weit runter reduziert, dass die in einem Satz sagen können, was kannst du von mir bekommen? Wozu befähige ich meine Zielgruppe? Und wenn du das noch nicht gemacht hast, dann ist so ein Podcast eine tolle Übung dafür, eine tolle Methode auch dafür zu hinterfragen, inwieweit du mit deiner Marke dieses Destillat schon entwickelt hast oder wo einfach deine Engpässe einfach sind. Warum? Die Podcast-Hörer werden sonst nicht verstehen, warum bin ich denn eigentlich bei dir? Warum höre ich denn das eigentlich? Und dann kommen so zwei Folgen. Das matcht irgendwie so gar nicht mit dem Branding, also mit der Visualisierung der Marke. Irgendwie matcht das auch nicht mit dem Thema, was ich erwartet habe. Irgendwie wird über irgendwas anderes gesprochen als das, was mir angekündigt wurde und so weiter. Also man merkt dann einfach eine gewisse Heterogenität in dem, was gesagt, versprochen wurde oder Erwartungshaltungen, die geschürt wurden und das, was ich dann tatsächlich erlebe. Also was soll der Hörer denken, was soll er tatsächlich erleben. Das sind wichtige Fragen, die ich mir einfach stellen muss, um klarzumachen, was ist meine Botschaft und wie schaffe ich den Mehrwert über einen Podcast oder über meine Marke zu kommunizieren. Also die Mechaniken, einen Podcast aufzubauen oder die einzelnen Bausteine, die erforderlich sind, um auch ganz souverän am Ende Soloshows zu produzieren, die sind einfach maßgeblich auch für den Markenaufbau oder für die Marke, die du schon hast oder gerade dabei bist, über ein Startup zu entwickeln. Was auch sehr spannend ist, ist immer wieder die Angst davor, in einem Podcast nicht genug Folgen zusammenzukriegen. Auch das ist für mich immer wieder ein Indiz dafür, also wenn die Themen ausgehen. Wenn du ein absoluter Spezialist bist und Experte bist auf dem Thema, dann werden die Themen dir niemals ausgehen. Warum? Weil du ja ständig konfrontiert bist mit Themen, die dir entweder passiert sind, also wirklich Storytelling, also echte Geschichten mit deinen Klienten oder du bildest dich ja auch weiter zu den Themen. Und jede Branche, jedes Thema, jeder Berufszweig entwickelt sich einfach auf die Art und Weise und darauf kann ich reagieren. Ich kann auf aktuelle Marktsituationen reagieren. Ich kann auch kreativ neue Formate entwickeln, so wie ich das jetzt hier auch im Podcast mache, im Markenabell-Podcast mache, indem ich einfach verschiedene Staffeln ausprobiere. Also ich verstehe den Podcast auch eher so wie Netflix. Ich schaue einfach, was funktioniert, was wollt ihr da draußen hören und dann schaue ich einfach, dass ich da den Deep Dive mache oder dass ich da einfach ein bisschen tiefer reingehe, vielleicht auch das Portfolio ein bisschen breiter mache, dass ich aber auch sage, okay, ist eine Staffel und das sind nur sechs Folgen und dann mache ich die Staffel auch wieder zu und dann probieren wir was Neues aus. Also die Kreativität gehört ja auch zur Marke. Das ist ja auch wichtig, dass die Skalierbarkeit der Themen innerhalb des Themenfeldes, was man sich gesteckt hat, wofür man im Markt auch seine Expertise aufbauen möchte, dass das natürlich auch genug Futter hergibt. Und man denkt, je vertikaler ich im Markt auftrete, je spitzer ich im Markt auftrete, desto weniger Themen habe ich. Und das ist ein Trugschluss. Wenn ich tatsächlich sehr spitz in den Markt gehe, eine sehr klare Zielgruppe formulieren kann, die auch nicht so breit sein muss, also die auch nicht so Massen anspricht. Man ist ja gerne versucht zu sagen, naja, ich biete was an, was grundsätzlich mal für jeden interessant sein könnte. Das ist für mich auch wieder ein Signal dafür, dass man daran arbeiten muss, wie kriegen wir es dichter, wie kriegen wir es spitzer, wie kriegen wir es erstmal so in den Markt, dass man, wenn ihr euch einen Pfeil vorstellt, wirklich vorne eine Spitze hat und nach hinten breit wird. Erstmal in den Markt eindringen mit der Spitze und dann kannst du breiter werden und dein Portfolio aufmachen. Und das sind Mechanismen, das sind Funktionsweisen, die sowohl für die Marke als auch für das Thema Podcasting stehen. Deswegen ist für mich zum Beispiel extrem wichtig, wenn ich über einen Corporate Podcast spreche, also jetzt nicht irgendwelches, ich spreche darüber, wie meine Tomatenzucht im Garten funktioniert, also als Hobby beispielsweise, geht ja auch. Aber wenn ich das wirklich als Unternehmen betreiben möchte oder mich als Berater, Speaker, Coach, whatever, Therapeut und so weiter, wenn ich mich damit positionieren möchte, dann muss ich natürlich überlegen, wie kann ich meine Marke damit aufbauen, wie kann ich meine Marke damit aufladen, wie kann ich meine Marke oder die Reichweite für meine Marke damit erhöhen. Und deswegen ist für mich Podcasting untrennbar mit dem Thema Brand Building, Markenführung verbunden. Und deswegen brauche ich auch beide Expertisen, um einen erfolgreichen Podcast, also einen langfristig nachhaltig erfolgreichen Podcast zu bauen. Warum ist das so? Ich sage, ich bin jetzt mal ganz frech. Wahrscheinlich springen mir jetzt ganz viele Podcaster an den Hals, aber jeder kann mit so ein paar YouTube-Videos einen Podcast bauen. Also das ist kein Hexenwerk. Das ist weder technisch kein Hexenwerk. Ich finde bestimmt ein oder zwei Tutorials im Netz, die mir das erklären. Es gibt super viele Anbieter, nehmen wir Anchor zum Beispiel, ist eine Plattform, ist eine App, kann ich super schnell 10 Minuten einen Podcast machen. Also das ist alles überhaupt technisch von den Abfolgen her, ist das alles kein Hexenwerk. Das kann jeder. Jeder kann morgen mit einem Podcast rausgehen. Und ja, und da hole ich jetzt die Podcaster, die Profis alle wieder mit ins Boot. Es sind natürlich Erfahrungen, die man über die Jahre sammelt, wie man schneller Reichweite aufbauen kann, wie man einen Podcast interessanter machen kann. Also das ist völlig klar. Das kommt natürlich noch dazu. Das kann man entweder alles selber lernen, dauert entsprechend länger, oder ich buche mir halt einfach einen Podcast als Coach und dann zeigt er mir, wie er da hingekommen ist oder sie da hingekommen ist und dann kann ich das nachbauen. So, jetzt kommt aber noch eine Komponente dazu und das ist das Thema Marke. Und das finde ich ganz extrem wichtig, wenn ich damit wirklich Business machen möchte, wenn ich das wirklich ernsthaft betreibe, dann kann ich Marke nicht so nebenbei machen, sondern dann muss ich Podcast und Marke miteinander matchen. Dann muss ich tatsächlich in der Lage sein, die Strategie und auch die Markenkommunikation, die Differenzierungsstrategie und all das, was verbunden ist mit dem Aufbau oder dem Führen einer Marke, da muss ich natürlich in der Lage sein, das zu entwerfen und das zu entwickeln, damit das kommuniziert werden kann über einen Podcast. Warum? Weil der Podcast nichts anderes ist, wie ein weiterer Kommunikationskanal. Zugegeben, ja, das ist meine Leidenschaft, es ist ein sehr, sehr geiler Kommunikationskanal. Es ist überhaupt der Kommunikationskanal. Für andere ist das Video, für mich ist das Podcasting. Die Gründe führe ich jetzt hier gar nicht weiter auf. Aber ich muss natürlich schauen, dass dieser Podcast als Audio-Brand, als meine Bühne so funktioniert, dass das, was ich als Marke kommunizieren möchte, dass das, was ich in den Markt transportieren möchte, auch ankommt. Was ich oft sehe in meinen Beratungen von Unternehmen, die auch einen eigenen Podcast aufbauen wollen, aber die vielleicht auch noch gar nicht so weit sind mit Podcast, da sehe ich einfach, dass ganz oben steht die Unternehmensleistung und ich habe ganz unten den Markt. Und das, was so entsteht, ist wie so ein Trichter. Aus verschiedenen Gründen kommt die Unternehmensleistung nämlich nicht zu 100% im Markt an. Und das ist ein Riesenproblem, weil das Marktpotenzial ist ja demnach viel breiter. Also ihr könnt euch vorstellen, ich habe oben 100% Unternehmensleistung und die wird aber zum Beispiel nur zu 70% im Markt kommuniziert. Also es kommt nur 70% der Unternehmensleistung im Markt an. Warum auch immer. Das heißt, ich habe 30% Potenzial. Wenn ich also die Unternehmensleistung über meine Marke nicht vernünftig kommuniziere, dann wird auch der Podcast mit super, 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 super viel Reichweite überhaupt nichts bringen, weil auch dort nur 70% oder weniger ankommt. Ja, vielleicht kommt 80% an. Habe ich immer noch ein Potenzial. Deswegen ist das so wichtig, dass der Kommunikationskanal Podcast ganz dicht mit dem Thema Markenführung, ich kann es gar nicht oft genug wiederholen, Markenführung oder auch Markenentwicklung, also wenn man gerade am Anfang ist, oder auch Neustrukturierung. Unternehmen, die sich neu digital ausrichten wollen, ist Podcast ein super cooler Hebel, um nach innen zu kommunizieren, zu den Mitarbeitern, aber auch nach außen zu kommunizieren, zu Partnern, zu potenziellen Kunden und so weiter. Aber wichtig, einfach einen Podcast bauen bringt gar nichts, kein Effekt, super wenig Effekt. Und wir wollen ja schnell einen großen Effekt haben. Deswegen machen wir das Ganze. Und das habe ich, wenn ich die Marke daneben stelle. Wenn ich das Projekt der Marke daneben stelle und mir über die Marke tiefsinnige und echt professionelle Gedanken mache, dann habe ich die Chance, das über einen Kommunikationskanal wie einen Podcast auch wirklich so messerscharf und treffsicher zu kommunizieren, dass ich meine Zielgruppe erreiche und die Zielgruppe versteht, was ich eigentlich an Unternehmensleistung anbieten möchte. So, das ist das ganze Hexenwerk an der ganzen Geschichte. Also trennt nicht das Thema Podcasting vom Thema Marke ab. Versucht, diese beiden Komponenten unbedingt zusammenzubringen. Das ist extrem wichtig. Der Podcast ist am Ende eure Bühne. Die Bühne eurer Mitarbeiter, eurer Markenbotschafter, wie ich sie so liebevoll gerne nenne. Oder wenn ihr One-Man-One-Woman-Show seid, dann ist das eure Bühne. Und das muss eure Marke widerspiegeln in der gesamten Professionalität, in der Visualisierung des Podcast-Covers. Ja, könnte man sagen, oh mein Gott, das ist nur ein Bild. Ja, aber das ist Branding. Ja, auch das Jingle, das Sound-Intro ist Branding. Wenn das nicht geil ist, dann ist das einfach schlecht. Ja, dann ist die Wiedererkennung einfach nicht gegeben. Wenn die Themen schlecht ausgewählt sind, wenn die Formate nicht kreativ gewählt werden innerhalb des Podcasts, wenn die Abwechslung fehlt und so weiter. Das zahlt alles, und das ist jetzt wichtig, es zahlt alles, was auf dieser Bühne stattfindet, zahlt alles in eure Marke ein. Ist der Podcast schlecht, dann werdet ihr als Unternehmen auch nicht die Professionalität widerspiegeln können. Also das, was der Kunde eurer Zielgruppe am Ende erleben wird, das matcht einfach nicht. Versteht ihr? Also wenn der Podcast schlecht gemacht ist, dann ist auch die Marke dahinter schlecht. Auch wenn sie viel, viel tausendfach besser wird, ist völlig egal, ich interessiere mich dafür nicht, weil der Podcast schlecht ist. Wenn ihr also eure Leistung in den Markt transportieren wollt, dann ist einfach super wichtig, dass der Podcast so, so gut sitzt, dass er das widerspiegelt, was ihr in eurer Markenentwicklung erarbeitet habt. Also eure Werte, eure Mission, eure Vision, euer Big Picture, eure ganze Leidenschaft, also die ganzen Attribute, die ihr eurer Marke auch gebt, die ganzen Werte zum Beispiel, das muss euer Podcast eben auch transportieren. Und wenn ihr das aber noch nicht identifiziert habt, dann wird das mit dem Podcast auch ziemlich schwierig. Und dann existiert einfach eine neue Insel in eurem Kommunikationsweltraum, die einfach nicht angedockt ist an dem Thema Marke. Was ich immer ganz spannend finde, ich beschreibe das immer als Pyramide. Im oberen Teil der Pyramide, in der Spitze der Pyramide, das ist für mich so der Funkturm dieses Hauses. Die Pyramide, wenn ich das als Haus verstehe, ist das der Funkturm. Und da oben sitzt der Podcast drin. Das ist also der führende Kommunikationskanal. Darunter ordnen sich dann die ganzen Social Media Kanäle. Und darunter dann die ganzen anderen Kommunikationskanäle. Also ich halte nicht so sehr viel davon, in diese Spitze so viel reinzuquetschen und zu sagen, also aus Zeit- und finanziellen Gründen. Also wenn ich jetzt im Verlagshaus bin, dann werde ich wahrscheinlich ganz anders an die Sache rangehen. Da würde ich auch eine ganz andere Empfehlung aussprechen. Aber wenn ich jetzt mal so ein ganz normales, mittelständisches Unternehmen nehme oder wirklich einen Berater, Coach, also wirklich so One-Man-One-Woman-Shows nehme, dann reicht es völlig, einen Kommunikationskanal zu haben, also unser Beispiel jetzt den Podcast zu haben und das zu publishen in den entsprechenden Kanälen, Social-Media-Kanälen, eigene Website und so weiter. Ich würde immer dafür sorgen, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, das Zuhause eurer Marke ist eure Website. Nochmal, das Zuhause eurer Marke im digitalen Markt ist eure Website. Wer über euch recherchiert, gibt es bei Google ein, gibt es bei Facebook ein und so weiter und der kommt irgendwann auf eure Website. Wenn ich auf der Facebook-Seite, meinetwegen auf der Fanpage eures Unternehmens bin, ja, da ist oben ein Header-Bild drin, aber das ganze Ding sieht immer noch aus wie eine Facebook-Plattform. Also hässlich. Ja, schönen Gruß an die User Interface Designer von Facebook, das kann man ein bisschen besser machen. Aber die Website, eure Website, das ist Zuhause eure Marke und ihr wollt die Zielgruppe zu euch nach Hause holen. Ihr wollt natürlich nicht die Abhängigkeit einer Facebook-Plattform haben, in dem Facebook sagt, naja, ab morgen bist du nur noch sichtbar, wenn du den doppelten Preis bezahlst, sondern das Ziel ist, mit eurem Podcast über die Shownotes die Leute auf eure Website zu holen, in das Zuhause eurer Marke zu holen und dort muss das Markenerlebnis stattfinden. Dort muss Interaktion stattfinden mit einem Live-Chat, mit einer Kommentarfunktion, mit einem geilen Newsletter, mit, vielleicht kann ich eine Voice-Message auf der Website hinterlassen oder ihr werdet euch was einfallen lassen. Also irgendeine Form der Interaktion ist wichtig und damit macht ihr euch unabhängig von großen Plattformen. Ihr baut eure Reichweite über Facebook, LinkedIn und so weiter auf, aber ihr führt die Leute auf eure Website, in das Zuhause eurer Marke. So, und dann sind wir wieder beim Thema Marke und Visualisierung und wenn eure Shownotes, wenn der Podcast innerhalb des Zuhauses eurer Marke, sprich eurer Website, nicht wirklich mega cool aussieht, wenn man die Texte nicht lesen kann, wenn irgendwie so ein weißer Philipp Franz Text auf schwarz steht und man sich auch als normal sehender Mensch die Augen kaputt macht, dann ist das einfach nicht cool. Ja, dann ist das einfach auch nicht schön. Ja, also dann hat das auch mit Design nichts zu tun. Also es muss alles so perfekt sitzen, dass es einfach auch ein rundes Markenbild ergibt und dann funktioniert das auch mit einem Podcast. Es hängt ganz eng aneinander. Marke und Podcast. Der Erfolgsfaktor eines Podcastes ist tatsächlich zu einem großen, großen Prozentsatz das Thema Marke. Und wie authentisch präsentiert sich die Marke für mich über einen Podcast? Da ist die Stimme und das Thema eine Geschichte, aber da sind auch Podcast Cover, Shownotes, Website, wo die Shownotes zu Hause sind und dieses ganze Marken drumherum, natürlich extrem wichtig, um meinen ersten Eindruck, den ich mir vielleicht erst mal nur über Akustik, über Audio geholt habe, einfach auch zu bestätigen. Wir brauchen sieben Touchpoints, damit der Kunde bei uns kauft. Das bedeutet, das Audio ist nur die halbe Wahrheit oder ein Siebtel Wahrheit. Ich muss also noch sechs weitere Touchpoints bringen und das ist einfach auch der Besuch auf unserer Website, um jemanden davon zu überzeugen, Ja, ich erkenne an, dass du wirklich ein Experte bist. Du machst das wirklich schon lange. Du willst wertstiftenden Content präsentieren und ja, ich will mit dir arbeiten. Und das dauert halt einfach, bis dieses Vertrauen über die digitalen Wege hergestellt ist. Ich hoffe euch, mit dieser Podcast-Folge so ein bisschen mehr Gefühl zu geben, was es für einen erfolgreichen Podcast braucht für euer Unternehmen. Ich kann es euch nur wärmstens ans Herz legen. Es ist wirklich der absolute Game Changer. Ich kann davon wirklich ein Lied singen und freue mich jedem, denen ich dabei helfen kann, einen eigenen Podcast zu starten und vor allen Dingen einen eigenen Podcast zu starten mit einer kraftvollen Marke. Also den Podcast können wir wunderbar für die Markenbildung, für das ganze Thema Markenführung verwenden. Wir können es aber auch als Überprüfungstool verwenden. Denn wer einen Podcast baut und in der Lage ist, einen Podcast wirklich sauber an den Start zu bekommen, der weiß auch ganz genau, was die Marke, die er dort präsentiert, was die Marke leistet. Und sobald Unsicherheiten in diesem Prozess kommen, ich habe Schwierigkeiten mit einem Intro, ich kann es in 60 Sekunden nicht auf den Punkt bringen, ich habe Schwierigkeiten mit den Soloshows, ich weiß nicht, wie ich es erzählen soll, ich habe das Gefühl, ich biete zu viel an. Also diese ganzen Emotionen, die da auch eine Rolle spielen, das ist alles super wichtig, das sind alles Indikatoren dafür, dass mit der Marke unter Umständen etwas nicht stimmt. Und dann einfach einen Schritt zurückgehen, nochmal die Marke anschauen, an der Marke arbeiten und dann wieder den Weg zurückfinden zum Podcasting, um das Ding erfolgreich an den Start zu bekommen. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne mit mir in Interaktion treten, indem ihr einfach einen Kommentar unter die Show Notes, ihr merkt, ich bringe euch in das Zuhause der Marke Markenrebell, auf der Website markenrebell.de, aber ich freue mich natürlich auch über den Austausch mit euch, über Facebook, LinkedIn, Twitter, whatever, ihr findet mich und dann beantworte ich gern eure Fragen. Oder schaut gern mal rein, Podcast Mastery Coaching findet ihr auch auf der Website markenrebell.de, rechts oben Knopf Menü Shop eingeben oder anklicken und dann könnt ihr euch das Ganze mal anschauen und dort helfe ich einfach mit, den Podcast aufzubauen mit euch und den in kürzester Zeit an den Start zu bringen und zwar erfolgreich an den Start zu bringen. Das ist ja meine Mission. In diesem Sinne wünsche ich euch nur das Beste und bleibt rebellisch. Bis bald. Ciao, ciao.